Die Patientinnen und Patienten der Dentapalm Zahnklinik profitieren von kurzen Behandlungszeiten, erstklassigen Ergebnissen und den niedrigsten Preisen in ganz Europa. Möglich wird dies durch den konsequenten Einsatz digitaler Technologien. So erstellen zu Beginn der Behandlung die Spezialisten der Dentapalm Klinik ein dreidimensionales Röntgenbild. Die Strahlenbelastung ist dank modernster Technologie um 60% niedriger als bei einem herkömmlichen zweidimensionalen Röntgen. Anhand dieser 3D-Bilder können die Zahnärztinnen und Zahnärzte von Dentapalm verborgene Entzündungen entdecken und die Formen der Kieferknochen genau erkennen. Am Computer planen sie die Implantation schon voraus und bestimmen digital die Länge, Durchmesser, Winkel und den Punkt der Implantatsitzung in den Kieferknochen. Dies stellt sicher, dass die Implantation mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gelingt. Anstelle des unangenehmen und ungenauen Abdrucks mit herkömmlicher Abdruckmasse arbeiten die Spezialisten bei Dentapalm mit dem angenehmen digitalen Abdruck. Mit einem Stift produziert der Zahnarzt oder die Zahnärztin hunderte Fotos der Zähne, die der Computer zu einem ultrapräzisen Modell der Zähne zusammensetzt. Anhand der digitalen Bilder modelliert nun der Zahntechniker oder die Zahntechnikerin perfekte neue Zähne. Mit Hilfe des Computermodells produziert ein Fräsroboter den neuen Zahnersatz aus dem am besten geeigneten Keramikwerkstoff, dem sogenannten Zirkonium. Doch bei aller digitaler Technik das Wichtigste sind engagierte Kolleginnen und Kollegen, die alles tun, damit die Patientinnen und Patienten glücklich und begeistert sind.